Was? Wo pimmelt denn der wieder? Immerhin eingehört, naja... Was der wieder macht, ey! Er gibt Pink dem Sieg, weil er da rumpimmelt wie... Ich weiss nicht was... Der hat so viel Zeit gehabt, zum auch in die Mitte kommen... Hä? Gewinner? Gewinner? De... gew... Ungewöhnlicher, gell? Gewinner? Warum macht er nur eine Runde, ey? Ja, der Vader... Wahrscheinlich war das ein... Der Vader ist ein zweiter Kampf da wieder, ey!